bei sims 4 wir hängen jetzt gerade mitten in unserer wahl zur ballkönigin wenn wir jetzt gerade in der wahl wohin gehen wir mal gucken wo kann man denn hier ein haus gehofft dieses grundstück kannst du nicht leisten dass wir leisten das können nur auf wohnung kunstgücken wohnen das ganze kann ich leisten es bleibt mir noch das ist eine freie grundstücke und wenn wir mal ganz kurz woanders hinkommen ähm warte hier durch die sch kann sie leisten, kann sie leisten ey das kann sie leisten das kann ich nicht, das kann ich nicht die erste freie grundstücke, ja versuche ich mit dem freie grundstücke du hast den ausbauen, hab die bock drauf grad ähm hier hast du noch freie grundstücke, wow oh hier hast ne riesen grundstücke ne sind mehr grundstücke ne, ne danke guck mal im sand ging es da sani 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 ein apartment, geo so kann sie nicht leisten dann gucken wir mal hier kannst du nicht leisten kannst du nicht leisten kannst du nicht leisten kann sie nicht leisten wie kannst du nicht auswägen waren nicht ja das je Spaß ähh die buchung und erster die rechte er ist davon da musst du wir haben ein haus Soweit schon, dann müssen wir die ganze Zeit nicht umziehen. Geht jetzt. Dann müssen wir mal Geld dran haben. Cheats und Co. wären hier nicht genug. Das würde ich nicht erlaufen haben. Ach mann. Das sind zwei Minuten. Das ist ein langes Ök. Hm? Das war ein langes Ök. Nicht vier Minuten mehr. Wir sind bald vorbei. Ach komm, das bleibt doch. Hier kannst du den Haar klemmen. So, hier ist unser Haar. Wie komm ich da hoch? Schau mal. Ich hab keine zweite Date. Ich hab keine zweite Date. Ich hab keine zweite Date. Ach Gott, hab nichts. Da ist ja mal gar nichts. Dann bin ich nicht. Wuhh nix. Wie komm. Ich hab keine zweite Date. Wie komm. 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 Ich habe meine Latte vergriffen, ich weiß, oh, ich habe immer ein Kackwetter, Alter, was ist denn nie los? Oh mein! Kann ich nicht so verkaufen? Ah, wir haben... Ah, ich habe... Ich brauche eine Lende bis zum Ende. So... Oh, was ist denn so? Na ja, ich habe genug, und... Ah, geht doch. Also... So... Oh, ich kann ganz wenig, da kann ich auch fallen. Trifst der Mögen. Kein Geld mehr. Nein, da geht es gar nicht mehr. Ähm, weiter mal, ich brauche mal... ...schlatschen. Mö, schlatschen. Mö, da muss ich noch etwas Künstiges reinrücken, ne? Mhm. Mal zum Pen. Mit 3, wenn es geht. Mö, das ist für mich. Ja? Ja? Mach's an der Seite. Nein, wie konnte ich nicht her... drehen? Ja? 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 Ja. Ja? Ja? Ja! Ja? 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 Was war das Fenster? Ich hab hier Fenster. Hä? Schau mal, wie krieg ich denn den Scheiß wieder von der Kralle? Muss ich das wechseln? Oh, jetzt hab ich den Scheiß. Mensch. Ach so, ja. Das war ja anders, stimmt. Ja, warte, Moment, Moment, Moment. Zeiger. Wie krieg ich denn das hin, dass ich das ganze Gebäude hier? Ähm. Hallo. Ach so, das ist das. Ach so, das ist der Baumöl. Ach so. Ach so, ne, wir warten das. Ach scheiße, wir warten das denn. Ah, hier. Ah ja. Ach, komm mal, hier oben. Das schaute ich gar nicht. Geh mich doch gar gut. Ja, nice. Ruhigstück planieren? Na bist du, wenn du da bist, ist das Wahnsinn. Ich würde den Griff machen. Ich würde den Griff machen. Ich würde den Griff machen. Hey, ich hab's raus. Ich hab's noch keine Ahnung von der Scheiße, aber ich hab's raus. So. So. Jetzt kommt das Kackbrett. Ohne Kackbrett. Mir kalt ich das schon scheiße in den Haaren. der meinung war da irgendwas hinzustellen Lampe und die Couch damit dann haben wir hier Fenster und Turm und Turm und Turm und dann ich sehe gerade ich habe den Fenster total scheiße gebaut warum auch nicht äh so so es passt zwar nicht so richtig zusammen aber wir haben erstmal alles beisammen so gut jetzt kommen wir wieder aus dem Baum raus und nein dieses Kackspiel achso ich hab doch klar ey was ist los Enrico wir haben doch eine 2e Etage 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 was hast du gesagt? ja ich dachte nur na ne ne So, ok. So, ok. So, dann müssen wir mal gucken, dann muss ich gleich mal hier vielleicht mal ein Spiel machen und suchen. So. So, dann müssen wir noch einmal an. So, dann müssen wir uns einfach machen. So, dann müssen wir raus. Ja, hier. Ja, hier ist mal, da ist es mal. Aha, das war es. Oh Gott, das ist das. Du musst es dann noch dropzuhren. nun ja ich mache sie mit weil wenn es die nämlich nicht machen dann geht es nämlich hauptsächlich die Aufnahme die Aufnahme Weitere Ich hoffe, ich habe noch ein Blaschen Nein ja ja nur ein anderer war für die so ich übernehme das und das ich bin jetzt bei 14 minuten also mindestens 6 minuten muss das macht nur dumme geräusche du darfst sofort drei gleich rein so die bänden haben schon aufgeteilt du bist hier und jetzt direkt auf den astronaut lern ja praktikantin als astronaut oh gott das ist nie ja das machen wir schon ja das machen wir schon ja 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 Dankeschön! Dankeschön! So! Irgendwie will er grad nicht, wie ich will! Das ist doch scheiße hier! Mann! Du! Homie Dommie, Alter! So, das war weg! Das war weg! So! Kennenladen! So! Warum denn nicht? Musik Oh mein Gott. ARGH! Ich kreis einfach, wie soll ich das denn? Ja, das... Wie ist das denn? Wie ist das denn? auch bei mir geht doch gerade gar nicht Was ist das für eine behinderte Frage? Das reicht nie im Leben Ich muss mal eine Aufnahme klären Die Folge endet sich so Ach Gott, ne Die Folge nähert sich den Ende und hier ist alles in Alarmstufe rot HBC, du bist gleich dran HBC, du bist gleich dran HBC, du bist gleich dran